Hallo, ich bin Frank-Christian Stoffel, aber mich nennen eigentlich alle einfach nur Stoffel. Ich bin Musikwissenschaftler, Musiker und ich betreibe ein kleines Netlabel, der kleinegrüneWürfel.de und Creative Commons ist voll mein Thema, weil die Musik, die wir auf diesem Netlabel veröffentlichen, veröffentlichen wir unter Creative Commons Lizenz. Und ich würde ganz gerne dieses Creative in dem Creative Commons wieder ein bisschen mehr in den Fokus rücken, denn es gab eine Zeit, Anfang der 2000er, da war Musik, MP3-Files und Creative Commons ein Match made in heaven. Wir müssen nur so ein bisschen zurückgehen und einen kleinen historischen Abriss machen. Damals war gerade Napster mehr oder weniger am Ende, Filesharing war ein großes Thema und es kam dann 2002 die erste Creative Commons Lizenz und alle Musiker haben sich gedacht, hey, das ist ja genau das, was wir wollen. Wir wollen ja unsere Musik zu Gehör bringen und wollen ja, dass die Leute sich das runterladen und anhören. Wir wollen halt nur nicht, dass sie es weiterverkaufen. Aber wenn ein Freund, einer anderen Freundin Musik kopiert, einfach weitergibt, das ist doch völlig okay. Manche sagen ja auch, dass Raubkopien einfach Steuern auf Berühmtheit sind. Man kann es ja auch so sehen. Also wer Millionen an Platten verkauft, der hat vielleicht nicht so ein Problem damit, wenn ein bisschen was einfach weitergegeben wird. Und das war eine Zeit, wo die Net-Label-Szene entstanden ist. Es gab unzählige an Net-Labels. Es gab in Köln allein, weil mir spontan würden mir jetzt Szenen einfallen. Es gab dann in den 2005er bis 2010er Jahren gab es Festivals, Net-Audio London, Net-Audio Berlin. Ich habe selber in Köln die Cologne Commons organisiert. Ja, und dann kam Spotify und den Leuten waren die Lizenzen irgendwie egal, weil HörerInnen, was wollen HörerInnen? Die wollen Musik hören. Möglichst einfach anklicken, hören, liken, super. Ob das jetzt legal ist oder nicht, ist ja egal, weil sie haben ja die App, die ist dann werbefinanziert und sie können es hören. Und man dachte auch irgendwie in dieser Net-Label-Szene, ja gut, okay, warum nicht? So kriege ich ja auch meine Musik an den Mann. Nur, da haben wir so ein bisschen die Rechnung ohne die großen Musiklabels gemacht. Denn es gab mal sechs Musiklabels, inzwischen sind es nur noch drei, Universal, Sony und Warner. Die haben sich gegenseitig aufgekauft und wir müssen verstehen, das Musikgeschäft ist ein Geschäft, das nach dem The Winner Takes It All Prinzip funktioniert. Wenn man sich die Statistiken anguckt, dann verkaufen 10% der Musikschaffenden 90% der Musik. Und es ist sogar so, dass sie Top 0,1%, 50% der Musik verkaufen. Hinzu kommt, das Abrechnungsmodell von Spotify ist als andere als gerecht. Denn die großen Labels haben spezielle Verträge mit Spotify gemacht und generieren darüber nicht zuordnenbare Einnahmen, die halt eben bei den KünstlerInnen nicht ankommen. Das könnt ihr selber recherchieren, da muss ich jetzt nicht weiter Dinge zu ausführen. Aber ich möchte euch ein Buch ans Herz legen und zwar Chokepoint Capitalism von Rebecca Giblin und Cory Doctorow. Denn Cory Doctorow beschreibt dieses Phänomen und dieses Gefühl, was wir vielleicht alle haben, dass das Internet doch mal ein so toller, freier, offener Ort war und jetzt immer mehr eingehegt wird. Eben das Gegenteil von Comments, sondern Zäune drumherum, voneinander abgegrenzte Gärten. Er bezeichnet dieses Phänomen als Entgetification. Es war mal gut und jetzt wird eigentlich alles nur noch schlimmer und schlimmer und schlimmer und geht komplett den Bach runter. Ein Beispiel, was er dafür anführt, ist zum Beispiel Amazon. So wie Cory Doctorow das ausführt, hat Amazon erst mal die Nutzer im Fokus gehabt. Die NutzerInnen, die LeserInnen. Bücher konnten rezensiert und empfohlen werden. Dann, nachdem Amazon alle LeserInnen quasi bei sich auf der Plattform hatte und die eingehegt waren, ging es darum, die Verleger zu catchen. Weil dort die großen Kunden waren, kamen natürlich auch alle VerlegerInnen nicht mehr an Amazon vorbei. Also hatte Amazon dann plötzlich alle Kunden und alle Produzenten. Das nennt man auf der einen Seite ein Monopol. Auf der anderen Seite, wenn Amazon der einzige Abnehmer ist, ist es ein Monopson. Und Amazon sitzt genau in der Mitte. Und das ist das, was Cory Doctorow und Rebecca Ghiblin den Shokepoint-Kapitalismus nennen. Den Flaschenhalskapitalismus. Da werden quasi auf beiden Seiten alle in Geiselhaft genommen und man kommt nicht mehr raus. Habt ihr schon mal versucht, ein Buch vom Kindle runterzubekommen und woanders zu lesen? Ja, Digital Rights Management. Interessanterweise gibt es das bei MP3 nicht. Ganz am Anfang mit dem iPod hat Apple das versucht, MP3-Musik urheberrechtlich zu schützen. DRM. Aber dann haben die NutzerInnen gesagt, hey, Moment mal, ich habe doch das MP3 bezahlt. Wieso kann ich das jetzt nicht mit einem anderen MP3-Player hören? Und also ist da bei MP3 das große Wunder geschehen, dass MP3s nach wie vor frei verfügbar sind. Probiert das mal mit einem Kindle-eigenen Format. Zum Glück gibt es noch andere Formate, EPUB und so, wo das geht. Aber wir leben in einer Zeit, wo wir wirklich als einzelne kleine Musiker kaum noch die Chance haben, irgendwie gehört zu werden. Die Playlists werden von den großen Labels dominiert. So, was können wir jetzt machen? Es gibt sie aber noch, diese Net-Label-Szene. Es gibt immer noch kleine Net-Labels wie meins oder es gibt Plattformen wie zum Beispiel plonglongmo.org, wo man super Sachen findet. Es gibt Menschen, die nach wie vor Podcasts machen mit Musik unter Creative Commons Lizenz. Es gibt unglaublich viele Verzeichnisse. Und worüber ich gerne mit euch sprechen würde, ist, wie können wir diese CC-Music-Szene ein bisschen mit dieser OER-Community verbinden. Wie können wir es schaffen, dass vielleicht Hörerinnen wieder ein bisschen mehr andere Plattformen nutzen? Bandcamp ist so eine zweischneidige Sache, weil da gibt es ganz viele kleine Bands und das wurde jetzt zweimal verkauft, gehört aber irgendwie noch ein bisschen zu den Guten. Was ist mit den ganzen Podcasts, die es da draußen gibt? Was ist zum Beispiel mit, kennt ihr, klongklongmo.org? Super Plattform, wo man Sachen finden kann. Was bräuchtet ihr von der CC-Music-Szene, damit es für euch ein bisschen besser zu nutzen ist? Wie kann man dieses ganze Wissen, wie kann man das vermitteln an vielleicht Schülerinnen in der Sekundarstufe 1 sogar schon? Je früher wir damit anfangen, vielleicht desto besser. Ich könnte mir vorstellen, da vielleicht auch mal an einem Schulbuch mitzuschreiben. Und wie können wir zu einer ganz neuen Erzählung kommen? Denn eins sollte ja inzwischen klar sein. Diese Idee, jeder kann ein Superstar werden, das ist ein Märchen. Das hat ganz viel mit Glück zu tun und ich finde, das dürfen wir den jungen Leuten auf gar keinen Fall mal erzählen, dass jeder ein Superstar werden kann. Denn die Realität sieht ja ganz anders aus. Auf jeden Superstar kommen Millionen andere, die es nicht geschafft haben, die aber trotzdem tolle Musik machen. Und ich finde, die haben auch ein Recht darauf, entdeckt und gehört zu werden. Und daran sollten wir zusammen arbeiten.